Speziell im Bereich des Managements der Firewalls, aber auch der IT-Sicherheit ist die SAE ein sehr, sehr verlässlicher und prima Partner für uns. Ich bin Matthias Zipperle, bin jetzt seit über 20 Jahren in der LGI-Gruppe tätig. Aktuell bin ich Head of Helix IT. Die Helix ist eine 100%-Tochter der LGI-Gruppe. Wir machen ausschließlich für die LGI IT-Dienstleistungen. Die LGI hat über 50 Standorte, ist international stark vertreten. Wir machen sowohl Kontrakt- als auch Transportlogistik. Wir haben dann 24x7 Support, um für alle Belange der LGI da zu sein. In diesem Bereich fällt natürlich auch das Netzwerk- und Security-Thema. Im vierten Quartal 2021 hatten wir den Einstieg mit SAE über ein internes Firewall-Audit. Das war ein Eye-Opener, das muss man ganz deutlich so sagen. Der Kollege, der da vor Ort war, der hat so massives Know-how mit sich gebracht, dass meine Experten hinterher zu mir gekommen sind und gesagt haben, die SAE, mit der müssen wir das unbedingt machen. Wir hatten gerade im Firewall-Umfeld massive Probleme. Wir haben über 40 Firewalls im Einsatz, wo wir es einfach nicht geschafft haben, die gleichbleibend up-to-date zu halten. Das hat uns massive Probleme gemacht. Ja, wie konnte uns die SAE helfen? Die hat die Firewalls up-to-date gebracht, sie hat die Performance stabilisiert und sie hat auch die Geschwindigkeit, wie wir gegenüber unseren Kunden dann dementsprechend unsere Probleme lösen konnten, massiv nach oben getrieben. Da nimmt uns die SAE sehr, sehr viel Arbeit ab, übernimmt die Updates und hält halt die ganze IT-Sicherheit, die ganze Performance massiv am Laufen. Gerade in kritischen Situationen zeigt sich, dass die SAE sehr stark ist. Und das ist auch das Entscheidende. Also ich brauche jemanden, der mir, wenn ich hier ein Major Incident habe und mein Laden steht, der mir sofort und unkompliziert hilft. Und da ist die SAE ein sehr, sehr verlässlicher Partner. Die Zusammenarbeit der SAE zahlt ganz speziell auf die Stabilität der Operations ein. Wir haben mittlerweile einen 24 mal 7 reibungslosen Prozess. Speziell im Bereich Firewall und Sicherheit haben wir unsere Major Incidents um über 30 Prozent reduzieren können. Die SAE unterstützt uns im Bereich Cyber Security hervorragend. Ich kann die SAE nicht nur als rein Security-IT-Dienstleister empfehlen, sondern die SAE hat auch noch weitgehendere Dienste, die ich nur empfehlen kann, sei es im AI, sei es im Netzwerkbereich, sei es auch im Supportbereich. Und von daher ist die SAE ein Dienstleister, der ein globales Paket mit sich bringt und den ich uneingeschränkt empfehlen kann. Und von daher ist die SAE etwas, sehr verlässlich.